Sonne, Mund und Sterne! Headshots verteile ich gerne! Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Zula Wank Sabotage 5 gegen 5 Mit dabei ist der Andy, der Darksider und meine Wenigkeit Hallo Guten Tag Oh bitte Und ich habe die neue Sniper, die kann ich auch mal zeigen jetzt Bombe! So neu ist sie vielleicht noch nicht, aber ich habe gar nicht mehr gespielt Da war noch einer Mike Was? Bitte war noch Mike da ist noch einer Da ist noch einer bitte Ich höre was Bombe! Ihr habt A geplantet Und die haben A geplantet Wir müssen planen Ein und auch der ist bei B Der ist bei A B Oh scheiße der hat mich mit einem Weagle erwischt Ich hatte aber auch nicht mehr viel glaube ich Ich bin glücklich mit dir Was? Und wie ihr schon hören könnt Verrückt wie immer Normal, läuft bei uns Nein, meine Eltern nicht mehr Ab einen Ab noch einen Ab noch einen Auf A Bei B Bei B hinten am Spawn noch Alles tot Alles tot Alles tot Voll geil Lass mal nach A gehen Die neue Sniper ist cool Lass mal nach A gehen Lass mal nach A gehen Ich blende A Ich blende A Ich brauche Deckung hier Der andere ist B Der andere ist A Einer Und einer ist schon A Treppe oben Und einer ist schon A Kommt jetzt runter Von Treppe kommt einer Und von Mitte könnte einer kommen Eine B Und einer ist Und einer ist Und einer ist nur ein gas sind sniper am besten ich komme über mitte mitte da ist einer der hat ja mit dem colt gemacht kommt nach b wir planten b ja ja über spawn konnten aber du kannst hier durch die kisten sniper die sehen dich schlecht und du siehst sie voll gut weil du siehst deren ganzen körper die sehen nur dein kopf ach scheiße ein sniper und auf spot ist schon einer einer komplett wand lang ich wasche denn von ihr ich versuche einer spawn zwei sind drei sind da waren mehrere leute ich bleibe jetzt in der gasse ich bleibe jetzt hier stehen und warte bis ich komme ich schwöre ich stelle mich jetzt hier rein die waschen uns nämlich die kommen von hinten dann wie bin ich gestorben ich war hinter der kiste in der mitte ist ein sniper wir kommen hier bringt nach unten gucken was das ist noch eine da glaube ich da war noch einer da war ja Einer Mitte. Gendo ist hier, er hat so ein Sackgesicht. GB. Der kommt, pass auf, der kommt. Der kommt, der kommt. Ja, kommt da. Nice, schön sauber. Ein bisschen Fail, aber trotzdem geschafft. Geht wirklich. Solange der tot ist. Ich brauche Gassen, Sniper. Ja, ich renne Gasse. Ich kann nämlich nicht anders. Da sind welche, hundertprozentig. Kommt, ist da wer? Nein. Warte, bleib mal da. Gib mir mal Denk rum. Das war's, einer noch. Der steht hier. Der ist hier, pass auf, Omecke. Wie war schon den? Egal, er plantet einfach. Haha, ich hab's. Haha, ich hab's. Ich hab's. Ja, jetzt rasiert er euch. Ja, ja, aber... Man, tut er nicht. Ah, ich geh A. Ich auch. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Ich hab was getroffen. Ich warte auch. Ich plante A. Ja, plante. Hm? Von oben kam was, glaub ich. Deckung oben. Ja, okay. Nice. Egal. Egal, haben eh keine Chance jetzt. Was wollen die machen? Die können nix machen. Ja, bomb geplant. Bomb geplant hat nur noch einer. Guck mal, einer nur noch und fertig. Was will der machen? Wo ist der? Der ist A, hinten. Hier. Ich kann nix machen von hier. Der G hat den Headshot gedrückt. Ja, lass doch, komm. Ach, scheiße. Was? Was ist das? Wie? Renn nach B. Ja. Ja, schafft er eh nicht mehr. Lass ihn noch versuchen, die Treppe runterzukommen. Lass ihn aber nicht alle fünf wegholen. Der entschärft. Komm, rasiert. Ja, ja. Ja, der ist voll in die Luft geflogen. Der ist voll in die Luft geflogen. Der ist voll in die Luft geflogen. Der hat noch versucht zu entkommen. Ja, A wieder gehen. A war gut eigentlich. A ist gut. Ich warte aber, glaube ich, mal ein bisschen ab. Auf schönes Wetter. Ja, hier ist immer gut eine Granate zu werfen. Da treffe ich nämlich meistens ein. Hab aber jetzt keinen getroffen. Der Head kommt von der Treppe um. Ist jemand hinter mir? Nein. Ruhig, 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 ruhig. Ja, ja. Treppe oben. Ja, der ist da. Der ist, äh, zerbrochenes Haus. Kommt jetzt. Von Mitte. Ja. Okay. Glad you're with. Sabotage Master. Äh, gas der Sniper bitte. Ja. Bin dabei. Da wird auch einer stehen, ne? Ja, ja. Wir sind ja erster da. Löff jetzt mal eine Nate. Hab keinen. Hab auch keinen. Die war schon, glaube ich, nach A. Äh, jup. Gönnst du nach Haus? Ne, warte mal. Kommt einer. Ja. Oh, oh. Einer ist, einer ist hier. Wo? Der ist auf Spot. Kommt jetzt in Gasse rein. Steht jetzt Gasse. Ähm, hat Sniper aufgehoben. Ist zurück zu Spot gelaufen. Ist, kommt hier wieder. Steht da an der Ecke. Ja, egal. Keine Chance. A-Bombe. A-Bombe. Ja, ja. Ja. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Hey. Scheiß Drecksfickers. Oh. Was macht der da? Derben. Ja, von beiden Seiten. Ich verstehe schon. Wollen wir A gehen, oder was? Ja, A. Ja, wir müssen wir entschärfen, ne? Ja, ich gehe A-Tunnel rein. Äh, einer kommt jetzt Mitte. Das ist der Sniper. Ich bin tot. Von wo hat der mich... Der hat mich durch die Wand. Wird das nicht geschwächt? Aha, kommen sie. Ich guck dem Wechsel zu. Einer spawn. Sniper spawn. Sniper tot. Einer Spot. A Spot. A Spot. A Spot. A Spot. A Spot. A Spot. Scheiß, ich habe den nicht mehr gesehen, ey. Er plantet. Ha, 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 ha. Land you away. Ich habe das jetzt nicht drauf. Aber egal. Könnt ihr ja den Chatkanal wechseln. Hm. Ich gehe A-B, aber gehe durch Gasse und versuche über Dings zu kommen. Ist das Mike hier? Ja, ja. Ja, ich kann bieten das. A, keiner. B. Ah, das war irgendwann an der Holzhütte. Hm. Spawn. Spawn ist einer Sniper. Kann ich nichts machen. Ich kann da nicht raus. Der fickt mich. Ey, was soll ich hier machen mit meiner M4? Ist Gasse jemand? Nein. 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 B, B. Er, A. Er, A. Er, A, B. Schwäche. Er steht rechts. Aufspot? Nein, er rechts. Rechts hinter den Kissen stand der eben. Hier rechts. Pass auf. Der ist da. Pass auf. Der ist da. Pass auf. Dann geht's aus. Dann geht's aus. Hab einen. Hab einen angehtetet. Auf B. Hat mir sofort wieder nen Headshot gegeben. Kommt. Spawn, ne? Was? Spawn lang. Der wächst, der ist voller Marsch. Oder? Da. Keiner kommt durch den kleinen Gang durch. Ah, das ist noch eh noch. Das ist der letzte. Glad you're with. Und der. Eine Runde noch, Leute. Na. Ja, ja. Na, jetzt holen sie noch nen 9-9 auf. Wieder voll lecker. Boah, hör auf ey. Nicht noch mal dran. Ja. 40 Minuten ey. Ne, wir essen zeitig. Was? Essen um elf oder was? Zwölf. Nachts. Scheiße. Ey, der ist Gasse. Wo? Der ist Gasse gewesen. Der kam von hinten über B. Weil einer so doof war. Ich guck Gasse. Und der andere guckt mit Gasse. Das macht ja auch Sinn, ne? Und. Bomb landed. B war. Äh, A Treppe war einer. Hä? A Treppe war einer. Ne, die sind Dings. B. Irgendwo ist hier noch nen Dreck-Sniper alter. Gasse kann einer sein. Da hat man nen Sniper aufgerucht. Da ist nen Sniper. Der ist aber nicht Gasse. Der ist vor der Gasse. Wo? Der ist hier direkt. Das war der nicht. Aber noch nen anderen. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Ich hab den auch gekriegt, ey. Ja, stimmt. Da läuft die Uhrzeit doch noch auf. Ich geh jetzt noch B. Ich bleib hier auch. Künstliche Folgenverlängerung, ne? Gasse, Mike? Ja. Ja. Aber der ist schon Gasse. Der Sniper, glaub ich. Ja. Hab was abgekriegt in der Mitte. Ja, nice. Einen haben wir. Äh, kam Treppe hoch. Holztreppe. Kommt jetzt. Äh, steht jetzt vor dem Loch. Vor B. B sind zwei. Hier, ich hab nen Sniper hier hinten. Ja, er hat mich. Mann, dreckige Hurensohn, Alter. B sind zwei. Und der wächst, trifft gerade nix. Nice, sauber. Ruhig, ruhig. Spiel ruhig. Hat der Sniper noch. Egal, die müssen planten. Egal, auch wenn nicht... Wenn nicht auf Zeit spielen, scheißegal. Scheiße, der ist B. Ja, ja. Gasse rausgekommen. Äh, fuck. Geweckt der Sniper. Hast du eh keine Chance. Der plantet bestimmt B. Ne, der kommt lang, ja. Egal. Was? Scheißegal. Oh ne, ey. Keine Verlängerung, ey. Bomb planted. Nice. Er läuft beinahe noch. Ah, der schafft das nicht. Der ist auf B. Ah, der ist auf A. Ah, 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 ah. Weiter, weiter, weiter. Oh, ich bin sicher. Oh, ich bin sicher. Ah, ah, ah. Ne, der kommt auch nicht mehr. Ah, 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 ah. Der war auf B. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ja, ja, ah. Ah, ah, ah. Ne, auf A war der. Ja. Ja. Keine Wahl hat er gegeben. So, das war eine Runde Sula Sabotage 5 gegen 5. Rank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.